hallo freunde was geht ab herzlich willkommen zu einer neuen folge von zero to mio hier auf dem kanal youtube millionär bei zero to mio geht es darum dass wir gemeinsam versuchen aus null euro eine million euro zu machen und in der heutigen folge zeige ich euch wie viel geld wir bis hierhin gemacht haben das ist folge nummer 17 und in den 16 davor folgen die davor waren haben wir halt summe x gemacht dazu komme ich gleich außerdem werde ich was zum aktuellen börsen crash sagen die aktien sind ja gerade richtig am runterrattern und was man tun sollte beziehungsweise was ich in so einer situation tue anschließend schauen wir uns an wie viel geld wir verdient haben bei zero to mio und zwar in der letzten woche und anschließend kommen wir dazu wie wir das geld investieren werden damit es sich von alleine vermehrt in der letzten folge nummer 16 hatten wir 694 euro bei zero to mio dieses geld haben wir in kryptowährungen investiert und in einer woche ist das auf 756 euro gestiegen mit nichts tun außerdem hat unser sparplan automatisch in die tesla aktie investiert und zwar 50 euro dies etwas gesunken somit sind wir jetzt bei 42 euro 70 in tesla und wir haben verschiedene kryptowährungen ethereum chainlink bitcoin nummer cardano und maker im wert von 756 euro es ist nach oben gegangen ohne dass wir überhaupt irgendwas gemacht haben jetzt ist es aber so dass dieses krypto portfolio nicht so stark vom börsen crash betroffen ist was bisschen komisch vielleicht ist weil meistens ist es ja so wenn aktien steigen dann steigen kryptowährungen noch extremer und wenn aktien sinken dann sinken kryptowährungen noch extremer also krypto ist so was wie der aktienmarkt nur in mega volatil und mega extrem also das haben wir hier jetzt nicht gesehen in unser crypto portfolio ist nicht den bach runter gegangen wie die meisten aktien sondern es ist sogar gestiegen im vergleich dazu jetzt beispiel die tesla aktie da haben wir acht euro verloren weil diese aktie ja eben extrem weit runter gegangen ist und kommen wir auch schon dazu was ich in so einem börsen crash mache natürlich wenn man kein geld hat entweder halten oder wenn ich geld hätte hätte ich nachgekauft bei zero to meo hatten wir jetzt leider kein geld zur verfügung um eine tesla aktie nachzukaufen sonst hätte ich das sofort gemacht weil meiner meinung nach ist es jetzt soweit dass wenn man jetzt bei diesen kurs von tesla in die aktie nicht investiert mehr risiko kann man gar nicht eingehen also ich finde man verpasst übertrieben was wenn man jetzt nicht investiert keine investment tipps nur meine meinung deswegen habe ich mit meinem privaten geld bei diesen extremen down von der tesla aktie alles eben rein investiert weil ich glaube dass sie nicht nur zu ihrem all time high zurückgehen wird sondern noch weit darüber hinaus also ich sehe das als extrem heftige chance diesen crash jetzt wenn man kein geld hat zu halten und wenn man geld hat natürlich nachzukaufen die meisten gehen damit viel zu viele emotionen ran kriegen panik und verkaufen und machen somit verlust oder verschenken da mögliches wachstumspotenzial beim crypto portfolio ist das ganze gestiegen da haben wir glück gehabt natürlich kann es morgen oder nächste woche auch schon wieder da auch den bach runtergehen das weiß man ja nie deswegen investieren wir langfristig und nicht von heute auf morgen hier habe ich mir eine excel tabelle beziehungsweise numbers tabelle ich bin so ein apple fan und ich bin ein tabellen fan gemacht damit wir sehen wie viel wir mit welcher crypto währung verdient haben und wir haben hier kranke renditen erzielt und das in gerade mal zwei monaten am 7 ersten habe ich zum ersten mal bitcoin gekauft 100 euro einkaufswert heute ist es 133 euro wert also 34 prozent rendite in ethereum 190 haben wir investiert das ganze bei zero to me und natürlich 262 ist es jetzt wert also fast 40 prozent rendite mit chainlink 65 prozent rendite mit nummer 30 prozent rendite und cardano maker haben wir erst vor einer woche gekauft deswegen da zwei prozent plus bzw maker sogar fast neun prozent minus überhaupt gar kein problem einfach halten insgesamt haben wir in crypto währungen 572 euro investiert und 756 euro ist es jetzt wert das heißt wir haben da 26,8 prozent rendite gemacht über einen zeitraum von zwei monate und das ist natürlich eine extrem kranke rendite richtig heftig und da beweist sich auch einfach nur dass es sich umso mehr lohnt je früher man kauft und je länger man hält und in der letzten woche vom ersten dritten bis zum siebten dritten haben wir mit diesem youtube kanal 44 euro verdient also quasi mit dem letzten video was ich gemacht habe kam 44 euro rum und ich mache das ja wie ihr wisst aktuell so dass ich das geld was ich mit diesem kanal verdienen komplett investiere und durch jede woche sage wie ich das investieren werde und wie investieren wir diese 44 euro 40 natürlich würde ich das am liebsten in die tesla aktie investieren denn da sehe ich aktuell wie gesagt die größte chance zu allein in einem tag haben wir schon neun prozent plus und ich wollte das heute morgen investieren aber ich hatte kein geld zur verfügung der ganze tesla aktie zu kaufen deswegen müssen wir da leider warten bis unser sparplan automatisch kauft es kann aber auch sein dass ich im laufe diesen monats wenn die tesla aktie nicht also weiter so so ein bisschen struggle zu unten bleibt dass ich da den sparplan erhöhen werde vielleicht auf 100 euro so dass wir eine große chance haben unten einzukaufen wenn die aktie wieder explodiert da wieder richtig viel rendite zu erzielen weil wie wir jetzt sehen die chance ist noch extrem heftig im vergleich zu drei monaten haben wir immer noch das tiefste tief fast okay am wochenende beziehungsweise freitag was noch tiefer heute haben wir wie gesagt 9 prozent plus aber trotzdem ist die aktie fast so niedrig wie in drei wie die letzten drei monate nicht unter sich eine extreme chance da wir aber nicht genug geld haben zur verfügung durch diesen youtube kanal sondern eben nur 44 euro 40 werden wir eine neue kryptowährung ins boot holen und zwar habe ich die auch schon gekauft eben gerade habe ich einkauf getätigt jörn finance j y fi abzüglich der gebühren waren es jetzt 42 euro 72 die da angekommen sind das erhöht unseren portfolio wert auf fast 800 euro und freunde das ist mit ich glaube fast schon der höchste wert den wir hier bei zero to meo hatten für die dies am anfang verfolgt haben am anfang haben wir ein bisschen getradet und gezockt und sehr viel verloren aber jetzt mit dieser neuen strategie wird es immer mehr und viele sagen hey du reichst die millionen ja nie du bist ja bei folge 17 und hast erst 800 euro aber leute ihr vergesst dass durch den zinseszinseffekt dieser betrag immer schneller steigt also unser portfolio wächst exponentiell und das ist das geile so immer ein bisschen reinstecken warten und das wird von alleine mehr richtig richtig geil wir begrüßen also jörn finance als neue kryptowährung in unserem zero to meo portfolio und steigen auf fast 800 euro warum habe ich mich für jörn finance entschieden weil ich die all time highs verglichen habe im bitcoin um ungefähr zehn prozent wächst ist es wieder beim all time high hier ist aktuell 14 prozent unter dem all time high chainlink 17 prozent unter dem all time high cardano 20 prozent maker 31 prozent binance da hatte ich auch überlegt das zu kaufen maker oder binance 31 prozent bis zum all time high sehr coole investmentmöglichkeit auch da aber hat mich für jörn finance entschieden weil die 34 prozent unter dem all time high sind das all time high bei jörn finance war bei 43.000 euro die sind aktuell bei 32.000 das entspricht ein drop von 34 prozent im verhältnis zum all time high und dadurch dass ich denke dass alle kryptowährungen fast alle nahezu also alle bekannten zumindest in zukunft bis zum all time high steigen werden voraussichtlich noch höher habe ich einfach mal in diesen coin investiert der am weitesten vom all time high entfernt ist damit wenn er wieder beim all time high ist wir die höchste rendite erzielen werden und zwar die rendite im höher von 34 prozent es geht noch höher dann steigt unsere rendite dementsprechend auch noch ich hoffe das war verständlich das ist jetzt kein schlüssel zum erfolg sondern einfach mal so eine strategie die ich angewendet habe weil ich wie gesagt davon ausgehe dass alle kryptowährungen früher oder später mindestens wieder beim all time high sein werden der aktuelle stand ist also jetzt wie gesagt 799 euro hier auf unserem kryptoportfolio und 45 in der tesla aktie auf dem auf der trade republic auf dem trade republic portfolio jedenfalls ist der aktuelle stand von zero to mio 844 euro das ist extrem heftig wenn man bedenkt dass wir das aus dem nichts gemacht haben klar es ist in 17 folgen vielleicht noch nicht viel aber wie gesagt ihr müsst bedenken dass das geld immer schneller mehr wird das heißt es wächst exponentiell je mehr wir investieren und je länger wir warten desto schneller steigt ist bis wir hoffentlich irgendwann die millionen erreichen und durch die rendite zum beispiel unser leben finanzieren können und nie wieder arbeiten müssen so das ist so das ziel was wir natürlich hier haben informiert euch am besten selber schaut euch die besten investitionsmöglichkeiten an die es aktuell gibt aber versucht es wenigstens spart euer geld nicht auf dem konto oder unterm kopf küssen denn das gibt keine rendite das lohnt sich nicht durch die inflation wird das geld immer niedriger deswegen setzt euch ein bisschen auseinander mit kryptowährungen oder aktien oder etfs gibt es viele investitionsmöglichkeiten für mich aktuell persönlich die beste investitionsmöglichkeit aktuelle tesla und die kryptowährungen die ihr eben gesehen habt allen voran natürlich sagt man die sichersten bekanntesten ethereum und bitcoin denke wenn man da investiert keine ahnung fangt einfach mal mit 50 euro an lasst es liegen schaut was passiert egal wie der kurs ist oder erstellten sparplan investiert da monatlich und dann könnt ihr zusehen wie euer geld von alleine mehr wird und so könnt ihr euch anfangen da rein zu fuchsen und damit auseinandersetzen ihr werdet schnell merken ihr kriegt bock da immer mehr zu investieren und immer sparsamer zu leben um irgendwann nicht den beruf mehr ausüben zu müssen der euch kein spaß macht sondern irgendwann dazu zu wechseln was euch halt spaß macht und von der rendite eures portfolios vielleicht irgendwann mal leben zu können das würde ich euch vom herzen wünschen dass ihr im leben das machen könnt was euch spaß macht zum beispiel hier jetzt einfach mal so videos drehen und darüber mein geld verdienen das investieren wie geil ist das denn das ist das krasseste was es gibt das könnt ihr natürlich auch einfach so machen wenn euch das spaß macht einfach kopieren oder andere sachen ausdenken informiert euch selber und dann könnt ihr entscheiden wo ihr rein investiert dass ihr vollkommen dahinter steht nicht zittert nicht emotional werdet und dass ihr nicht wie bei so einem crash wie zum beispiel der aktuell am start ist da panik bekommt und alles verkauft und finger weglasst sagt weg von den aktien ich habe verlust gemacht einfach halten langfristig das ganze sehen und dann wird es schon vielen dank dass ihr dieses video angeschaut habt und wir sehen uns bei folge 18 von zero two new haut rein